Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Mein heutiger Gast hat mit Regisseuren wie Ingmar Bergmann oder Quentin Tarantino gearbeitet. Er ist Serienheld im Fernsehen und erzählt zu den beliebtesten Schauspielern in Deutschland. Herzlich willkommen Christian Berkel. Schön, dass Sie da sind. Erfolg bringt einen nicht weiter, behauptet er. Tja, ob das stimmt, das klären wir heute auch. Mit Christian Berkel spreche ich über Rollen, Rassismus und Regeln und natürlich über das Leben in Deutschland. Herr Berkel, wie stehen Sie zu Jürgen Klopp? Für toll. Toll. Also der Trainer, muss man dazu sagen, für alle, die wenigen, die es nicht wissen, der Trainer der fast erfolgreichsten Fußballmannschaften in Deutschland, Borussia Dortmund. Diese Bayern sind halt immer noch ein bisschen besser. Jürgen Klopp hat ein Tabu gebrochen vor ein paar Wochen. Der hat gesagt, zugegeben, dass er sich hier so Haare hat implantieren lassen bei den Geheimraten. Stimmt, habe ich gelesen. Das war schon neu, dass ein Mann sowas sagt, oder? Ja, ich war auch überrascht, aber dachte, okay, wenn er das macht und dazu steht, warum nicht, ja. Können Sie sich vorstellen, warum ich dieses Thema jetzt anschneide? Nee. Nee, ne? Haben Sie sich, Männer mit Glatze, denen geht ja immer irgendwie so ein unglaublicher Ruf voraus. Machen Sie das selber oder ist das von Natur so? Also ziehen Sie sich da so einen Rasierer immer über den Schädel? Gemischt, gemischt. Ja. Aber haben Sie sich jemals überlegt, da vielleicht Haare implantieren zu lassen? Nee, also, oder habe ich es über, doch, vielleicht habe ich es sogar mal überlegt, irgendwie. Das ist so lange her, dass ich jetzt nicht mehr genau weiß. Also vielleicht so mit, also glaube ich, in einem Alter, wo es noch nicht wirklich Thema war, aber als ich merkte, es wird ein Thema werden. Ja. So mit 15, ne? So früh? Ja, da kamen so die Geheimratsecken. Ja. Und da mein Vater denselben Kopf hatte, wusste ich, das ist genetisch, das kommt einfach auf mich zu. Kein Entkommen. Kein Entkommen. Und damals, also ich hatte die ganzen Biografien so von Schauspielern aus der Reinhardtzeit gelesen oder noch früher und Keins und dann Mäusi und das alles. Und ich dachte, boah, die hatten ja alle Haare und die Rollen, die sie da gespielt haben, Hamlet und das und das, vielleicht geht das dann gar nicht, nicht? Und da dachte ich, naja, im schlimmsten Fall kann ich mir ja sowas einpflanzen lassen. Aber als es dann so weit war, habe ich nicht mehr darüber nachgedacht. Das Einzige, worüber ich mir ziemlich klar war, ich werde nie versuchen, die Haare von hier da so nach da rüber zu kämpfen oder von hier nach da oder ich weiß nicht was. Ist leider ein bisschen aus der Mode gekommen, nicht? Ich glaube, so in den 70er Jahren, den wir mal wieder, ja. Ich hätte es mutig gefunden, wenn ich das gemacht hätte. Ja, ja, und dann auch noch so schön festgeklebt. Ja, unglaublich. Ich habe immer gedacht, wie kann man so freiwillig auf ein Problem hinweisen? Ist das ein Wiedererkennungsmerkmal? Sagt man, ach, das ist doch der mit der Glatze? Kann schon sein, für manche wird es sicherlich so sein, ja. Aber man kennt ja so Telly Savalas oder Jules Brenner oder solche. Aber Sie haben ja auch noch ein paar andere Qualitäten. Ich hoffe. Und als ich das gemacht habe, da haben es noch nicht so viele gemacht. Also da gab es tatsächlich eigentlich nur, und das war ja schon eine Weile her, Telly Savalas, Jules Brenner, also sonst eigentlich niemand. Und dann auf einmal... Bruce Willis. Glaubt, der kam ein bisschen später. Ja, ein bisschen. Hat es mir nachgemacht. Verstehe auch nicht. Aber nein, der war dann wirklich so einer der Topstars, die das tatsächlich machten. Und es wurde dann so mit der Zeit offenbar salonfähig. Also inzwischen machen es ja einige, die es gar nicht müssen. Ja. Ich denke auch noch drüber nach. Okay. Ist der Skiunfall folgenlos, spurlos verheilt? Ja, so weitgehend. Also das heißt, wenn so bei Wetterwechsel spüre ich es noch. Und ich habe noch immer, leider Gottes, die Schrauben drin und die Platte, muss mir das jetzt demnächst mal wieder rausnehmen lassen. Ich habe auch eine Platte am Flüsselbein. Darf die bleiben? Nein, die muss nächstes Jahr irgendwann raus. Wobei es gibt wohl Fälle, wo der Körper sagt, ist okay. Eben. Das bin mir leider auch nicht so. Ich begebe mich ja nicht so wahnsinnig gern unter das Messer. Aber es muss offenbar sein. Sie spielen, ich habe natürlich nicht alles aus Ihrem Werk gesehen, aber Sie spielen ganz häufig, wie ich finde, ernste Rollen. Stimmt. Ist das das, was Sie am liebsten tun? Oder haben Sie einfach nie Komödien angeboten bekommen? Naja, also ich tue es schon sehr gerne. Das ist klar. Hat sicherlich auch was mit mir zu tun. Aber ich spiele auch sehr gerne Komödie. Ich habe am Theater viel mehr Komödie gespielt. Im Kino, im Fernsehen relativ wenig. Also ich habe einmal mit Helmut Dietl zusammengearbeitet. Rossini damals. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und ich habe einmal so eine Tutsi, so eine Verwechslungskomödie gespielt. Drei Frauen und kein Mann hieß das. Aber im Wesentlichen war es das eigentlich. Ich glaube, das hat was mit Deutschland zu tun und damit, wie wir hier Komödie verstehen. Das heißt, bei uns muss jemand, der Komödie spielt, auch mal von Haus aus gleich komisch aussehen. In Frankreich, in England und in Amerika. Da, wo meiner Meinung nach so die besten Komödien herkommen, ist es nicht zwangsläufig so. Es gibt diese Komödien, die sozusagen mehr, was ich jetzt überhaupt nicht negativ meine, vordergründig funktionieren. Auf Typen ausgerichtet sind, die bereits zum Lachen reizen. Da muss man halt das Gesicht verziehen können. Nicht nur das, sondern man muss vielleicht schon irgendwie ein komisches Äußeres mit sich bringen. Und dann gibt es mehr so, was mir mehr gefallen würde und wo ich mich auch eher sehen würde, diese Gesellschaftskomödien, also wo man sagt, bei einer guten Komödie ist der Unterschied zu einer Tragödie eigentlich nur der Betrachtungswinkel oder Standpunkt. Das heißt, ob ich darüber lache, dass jemand auf der Bananenschale ausrutscht oder nicht. Wenn das, was ich beispielsweise meine Frau wäre, würde ich ganz bestimmt nicht lachen, sondern hätte Angst, dass sie sich was getan hat. Geht jedem Menschen so. Und wenn es ein Fremder ist, den man überhaupt nicht kennt, also wenn man in einer gewissen Distanz zum Vorgang steht, dann erkennt man den Witz des Vorgangs und lacht. Also das ist, Komödie ist eine Frage der Perspektive. Aber die Ausgangssituation ist eigentlich die gleiche. Es gibt eine wundervolle Anekdote aus einem Ihrer ersten Filmdrehs. Sie waren, glaube ich, 19, der große Ingmar Bergmann. Da haben Sie eine Nebenrolle in das Schlangenei ergattert, 1977. Und dann haben Sie natürlich alles gegeben, wie man das als junger Schauspieler macht, und landeten mit Schnittverletzungen im Krankenhaus. Ja. Was ist passiert? Naja, das war überhaupt so eine ganz wilde Geschichte. Also ich erfuhr, glaube ich, aus der Zeitung, dass Bergmann einen Film in Deutschland plant. Und das war mein Gott damals. Also ich hatte, ich will nicht sagen alle, aber den Großteil seiner Filme bis dahin gesehen. Und sagte meiner Agentin, schicken Sie doch bitte ein Foto von mir dahin. Und dann sagt sie, das hat gar keinen Sinn, das gibt gar keine Rollen in dem Alter. Sag ich, ist mir vollkommen egal, schicken Sie einfach ein Foto hin. Mehr passieren, als dass es im Papierkorb landet, kann ja nicht. Aber ist doch ein Versuch wert. Und dann hast du das gemacht und ich drehte in Prag und kriegte auf einmal ein Telegramm, ohne Vorwarnung. Dann und dann, Drehtag bei Ingmar Bergmann in München. Ach, da denkt man auch, er ist es glaubt nicht einer. Ich dachte, mich wird gefährdet, ja, ja. Und hatte kein Drehbuch bekommen, gar nichts. Traute mich auch nicht zu fragen. Kam dann nach München, hatte immer noch kein Drehbuch, hatte keine Ahnung. Es gab eine Kostüm- und Maskenprobe und es wurde auch gefilmt. Also ein Screentest sozusagen gemacht. Und ich saß in der Maske und sagte zu dem Maskenbildner, was spiele ich denn da morgen eigentlich? Und dann sagt er, wie, hast du das nicht gelesen? Sag ich, nein, ich habe kein Drehbuch bekommen. Sag ich, das ist eine ganz tolle Szene, hier, nimm mein Buch, lies mal. Als ich dann ins Hotel kam, lag das da. Ich las die Szene nur und merkte, oh, da ist ja richtig was zu spielen. Darauf hatte ich gar nicht zu hoffen gewagt. Und ich spielte eben in diesem Film eine Versuchsperson. Heinz Bennett spielte einen Arzt, der, das war ja noch vor der NS-Zeit, Versuche mit Menschen machte. Also eigentlich eine Wegnahme der Ärzte in der NS-Diktatur. Und der filmte diese Versuche. Das waren Schwarz-Weiß-Filme im Film. Und ich war eine dieser Versuchspersonen. Mir wurde eine Droge injiziert, die paranoide Zustände hervorruft. Die so weit führen, dass die Leute versuchen, sich umzubringen. Und diese Situation wurde gefilmt. Also der Arzt kam rein, Charles Renier, gab mir diese Spritze. Ich saß da so ganz normal und dann kamen die Schübe und so weiter. Und bis hin zum versuchten Selbstmord mit einer Waffe, die dann nicht geladen war und so. Und ich musste eben währenddessen irgendwann entdecken, dass hinter einem kleinen Fenster eine Kamera stand, die mich filmte. Also im Film. Und dann auf dieses Fenster zurennen und versuchen, das zu zerschlagen und auszubrechen und so. In Wirklichkeit war das zwei Quadratmeter groß. Und dahinter stand die Kamera. Und Bergmann sagte, also das ist unzerbrechliches Glas. Da kann überhaupt nichts passieren. Du brauchst keine Angst haben. Er nahm den Hammer, um mir das zu zeigen und schlug da voll dagegen. Kann nichts passieren. Also wir drehten die Szene einmal. Und es passierte auch nichts. Und dann sagt er, alles wunderbar. Wir machen nur noch eine zweite zur Sicherheit. Und bei dieser zweiten fühlte ich mich auf einmal so wahrscheinlich sicher auch durch den ganzen Vorlauf. Die Droge wirkte. Die Droge wirkte andersrum. Er war so unglaublich. Ich hatte ja gedacht, dass er das alles irgendwie psychologisch führen und erzählen wird und mir die Szene erklären wird. Und das hat er überhaupt nicht getan. Also er hat was zugelassen. Er hat eigentlich nur eine Choreografie gemacht. Die in Wirklichkeit natürlich sehr durchdacht war. Aber das war mir gar nicht klar in dem Moment. Aber Sie durften Berkel sein. Ich durfte, naja, nicht Berkel. Ich sollte diese Fikus kennen. Aber Sie waren nicht Bergmanns, Sie waren nicht hergesteuert. Nein, nein, war gar nicht eine Marionette. Im Gegenteil, er hat dann am Schluss noch gesagt, nachdem wir das geprobt hatten, sagt er so. Und die Kameraeinstellung ist eine totale. Also man sieht sozusagen den ganzen Raum. Und ich mache mir die Nahaufnahmen hinterher über eine Lupe am Projektor. Weil das ja, damals gab es ja die Möglichkeit, ranzuzoomen und so weiter, nicht in der Zeit. Und insofern mache ich das alles hinterher. Und du bist jetzt völlig frei, weil du kannst hingehen, wo du willst. Wir sehen alles. Also du kannst machen, was ich gesagt habe. Oder du kannst auch was anderes machen. Überrasch mich. Was ja der größte Terror ist in Wahrheit. Sagen Sie einem Schauspieler, überrasch mich, dann bringen Sie ihn wirklich in Not. Aber unter Umständen. Aber ich... Also wie sind Sie jetzt ins Krankenhaus gekommen? Naja, und dann eben beim zweiten Mal, ich musste eben irgendwann zusammenbrechen und diese Kamera da sehen und darauf zurennen. Und machte das, rannte darauf zu und rannte mit so einer Wucht los, dass ich durch die Scheibe durchgerannt bin. Die unzerbrechliche Scheibe, ja. Also irgendwie muss ich die in einem ungünstigen Winkel getroffen haben. Jedenfalls flog das ganze Ding auseinander. Und ich hatte zerschnitten Hände. Ich war ja da im Pyjama, also im Krankenhausausstattung sozusagen. Und hatte die Hände aufgeschnitten und hatte so einen Splitter im Bauch. Also nicht jetzt so tief, aber das war so ein Teil wirklich, der war bestimmt so... Alles gegeben. Ja, ja. Und dann musste ich ins Krankenhaus eben, das musste genäht werden. Und er sagte, ja, das ist überhaupt noch nie passiert. Bei mir ein Schauspieler ist noch nie verunglückt. Komm nachher, komm wieder. Ja. Und ich will dich nochmal sehen und so. Und dann kam ich wieder und dann sagte er, was machst du denn jetzt heute Abend? Und dann sage ich, ich gehe ins Theater. Ich habe Karten fürs Theater, Münchner Kammerspiele, sagte er. Du gehst jetzt noch ins Theater. Sag ich, ja, natürlich, ich habe ja die Karte. Dann sagt er, pass auf, dann fährt mein Chauffeur dich hin. Hier sind 100 Mark, damit gehst du hinterher ein gutes Steak und eine Flasche Wein essen, um den Blutverlust auszugleichen. Und der Wagen, den hatte ihm Horst Wendland, der Produzent, zur Verfügung gestellt. Und das war der alte Rolls-Royce von Gustav Gründgens. Da war ja eigentlich alles drin in diesem Job, oder? Wenn man bedenkt, dass meine wirklich Liebe zu dem Beruf unter anderem dadurch entstand, dass ich mit 10 Jahren, oder noch jünger vielleicht, sogar die Schallplattenaufnahme von Faust, von der Gründgensinszenierung immer als Kind gehört habe. Da kann ich mich immer noch an dieses fahlgeschminkte Gesicht erinnern. Genau. Und dieses Mephisto-Felisch. Das war für mich die große Offenbarung damals. Und nun saß ich in dessen Auto mit 19 Jahren, bandagierten Händen, wurde und Jeans und wurde in Kammerspielen vorgefahren. Vor der Kulisse, da ist, wie hieß dieses, das gibt es ja immer noch, die Kulisse, das Theaterrestaurant. Und ich stieg da aus und nahm noch irgendwie irgendwas zu mir in der Kulisse. Aber eigentlich, eigentlich hatten Sie es da schon geschafft, oder? Sie sind mit einer Schauspielerin verheiratet. Frau Sawatzky, wie geht das eigentlich? Zwei Schauspieler. Man geht zum Standesamt. Ja, so weit kann ich folgen. Aber dann müssen Sie sich den ganzen Tag immer zeigen, wer jetzt der bessere Drama-Queen ist? Nee, vielleicht nicht. Oh, Schatz, der Kaffee ist kalt. Ja, nee, eben genau das wahrscheinlich nicht, weil wir natürlich genug Gelegenheit haben, das woanders zu machen. Müssen wir es vielleicht zu Hause gar nicht so. Also wir haben jetzt nie so furchtbar viel darüber nachgedacht. Aber der eine Vorteil ist, dass der andere sehr gut versteht, in was für einer Situation man sich befindet und warum man vielleicht gerade ein bisschen neben der Rolle ist. oder neben der Kappe, wie auch immer man das nennen will. Und das erschreckt den anderen nicht so, wenn er merkt, ah, der ist dann noch so ein bisschen in seinen Dreharbeiten gerade. Der andere Vorteil oder vielleicht auch manchmal Nachteil ist, man kann das nicht unbegrenzt für sich beanspruchen, weil der andere sagt, ey, komm, ich kenne das. Ja, jetzt ist es auch mal gut. Also du kannst mich jetzt nicht so wahnsinnig beeindrucken damit. Und insofern ist man da relativ schnell wieder auf dem Boden. Sie sind häufiger, gerade auch von amerikanischen Produktionen, so als der typische Deutsche gebucht worden. Operation Walküre, Inglourious Bastards. Da war es kein Deutscher, da war es ein Franzose. Stimmt, richtig. Ist das ein Image, das Ihnen anhängt? Werden Sie bei Buchungen, steht da so an Ihrem Foto dran, super Deutscher, auch so von früher? Ich weiß es nicht, also das habe ich jedenfalls noch nicht gesehen, dass es da hängt. Vielleicht haben Sie es schnell weggehängt. Ja, aber, nee, ich weiß es nicht. Also das sind natürlich alles Produktionen gewesen, wo es nun ums Dritte Reich ging. Und es ist auch so, dass in der Regel, wenn die Amerikaner hierher kommen und deutsche Schauspieler suchen, dann drehen sie Filme aus der Zeit, also sonst nehmen sie gar keine deutschen Schauspieler. Der Untergang haben wir noch vergessen, waren Sie auch. Das ist aber eine rein deutsche Produktion gewesen. Sie haben eine sehr durch die Nazi-Zeit geprägte Familiengeschichte. Ja. Ihre Teil Ihrer Familie sind in Konzentrationslagern ums Leben gekommen. Ihre Mutter ist geflohen nach Frankreich. Macht das was mit Ihnen, wenn Sie solche Rollen, wenn Sie Nazi-Rollen spielen? Das ist ja nun schon sehr. Also in dem Moment des Spielens glaube ich eigentlich nicht, weil beim Spiel konzentriere ich mich ausschließlich auf die Rolle. In der Art und Weise, wie ich ein Drehbuch wahrnehme, wenn ich es geschickt bekomme, wie ich eine Entscheidung treffe, wahrscheinlich schon. Aber nicht so bewusst. Also die Auseinandersetzung mit der Zeit, die hat mich immer begleitet. Mal mehr, mal weniger in meinem Leben. Im Moment eigentlich wesentlich intensiver. Was aber so damit zu tun hat, vielleicht auch, dass meine Mutter vor zwei Jahren gestorben ist und das nochmal eine ganz neue Welle von Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte in Bewegung gesetzt hat. Und für mich ist damit allerdings auch das Spielen solcher Figuren aus der Zeit ein bisschen in den Hintergrund getreten. Also ich habe auch das Gefühl, das habe ich jetzt genug gemacht, mehr möchte ich da im Moment auch gar nicht machen. Die würden das jetzt auch ablehnen. Ich habe es in letzter Zeit eigentlich regelmäßig abgelehnt. Dann müsste das, also man soll nie sagen, dann müsste es eine ganz unglaublich überzeugende Geschichte oder Buch sein, wo ich sagen würde, das habe ich in der Form noch nicht gelesen oder noch nicht gespielt. Das wäre dann natürlich was anderes. Aber im Moment findet diese Auseinandersetzung für mich auf einer anderen Ebene statt. Wurde in Ihrer Familie jemals über die Nazi-Zeit gesprochen? Auch in vielen Familien war es ja ein Tabuthema. Verhältnismäßig wenig. Verhältnismäßig wenig. Das war ja auf beiden Seiten, sowohl auf der jüdischen Seite, in jüdischen Familien, als auch auf der deutschen Seite ein Tabuthema. Also auch in jüdischen Familien war es für die Überlebenden des Holocaust ausgesprochen schwierig, offenbar mit ihren Kindern darüber zu sprechen. Ich habe es auch bei meiner Mutter erlebt, die ganz selten darüber gesprochen hat. Es sind sehr wenige Geschichten und die meisten davon hat sie lachend erzählt, als würde sie von jemand anderem reden, als würde sie eine fremde Geschichte erzählen. Das war sicherlich auch eine Form der Distanzierung, um das überhaupt zu ertragen. Und bei meinem Vater, der ja fünf Jahre in Kriegsgefangenschaft war in Russland, also aus dieser Lagerzeit kenne ich auch nur zwei, drei Geschichten, also auch verschwindend wenig. Der war Arzt bei der Wehrmacht und ist dann in Kriegsgefangenschaft geraten. Ja, also hatte in der Gefangenschaft noch ein relatives Glück, weil die im Lager auch Ärzte brauchten, zu wenig Ärzte, russische Ärzte hatten, sodass er mit den russischen Ärzten zusammengearbeitet hat und dadurch nicht in den Wald musste, nicht Holz fällen musste, wahrscheinlich auch mehr zu essen bekam. Also es ging ihm ein bisschen besser, glaube ich, als vielen anderen Gefangenen. Ja, Herr Merkel, von außen betrachtet sind wir Deutschen ja, sind wir eigentlich ganz prima. Wir haben keine rechtsradikale Partei hier im Vergleich zu vielen anderen, zum Beispiel europäischen Ländern. NPD? Ja, aber keine, die jetzt in den Parlamenten sitzen. Das ist wirklich eine Ansammlung von Idioten, sehr offensichtlich. Ja, es gab Übergriffe, es gab brennende Häuser, aber das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Viele sagen, ihr Deutschen seid ja bekloppt mit eurer ganzen Aufklärung und Aufarbeitung und so weiter. Eigentlich ist doch alles ganz prima. Sie sagen, Antisemitismus gibt es trotzdem und nicht so knapp. Wo entdecke ich den? Also erst mal, Antisemitismus vorneweg gesagt, ist keine deutsche Erfindung, den hat es leider immer schon gegeben. Das ist eine uralte Geschichte und gibt es in vielen, vielen anderen Ländern, gibt es auch in einigen Ländern sehr viel offener als bei uns. Das hat einfach mit unserer Geschichte zu tun, dass die Hemmschwelle bei uns natürlich wesentlich größer ist. Trotzdem, die meisten, die die Zeit direkt miterlebt haben, sind gestorben oder sterben langsam. Sei es Deutsche, sei es Juden, sei es deutsche Juden. Die Zeitzeugen gehen. Es gibt junge Generationen, für die das bereits absolut Geschichte ist und die Hemmschwelle sinkt vielleicht etwas. Es gibt Gedanken zu dem Thema, es gibt Leute, die sagen, in gewisser Weise hat der Holocaust vielleicht eine riesige Atempause für den Antisemitismus geschaffen, weltweit. Weil man danach gesagt hat, das kann nicht sein. Das ist im Grunde genommen fast das Ende der Zivilisation gewesen. Damit will keiner mehr was zu tun haben. Das gerät so ein bisschen in Vergessenheit und es gibt jetzt neue Ansätze, wenn plötzlich jüdische Kindergärten über Nacht beschmiert werden. Wenn ein Freund hat es mir neulich erzählt, dass eine Ärztin ihm ins Gesicht gesagt hat, wissend, dass er Jude ist, einen Juden erkenne ich unter 100 Leuten. Stellen Sie mir 100 Leute hin und ich sage Ihnen, wer Jude ist und wer nicht am Gesicht. Blödsgemeint oder eher so Medizinerstolz? Da ist ja die Frage, was schlimmer ist. Da wäre ja die Frage, was schlimmer ist. Völlig klar, keine Frage, klar. Also die Behauptung ist in sich so absurd, dass wenn sie auch noch wissenschaftlich gemeint wäre, wäre sie eigentlich noch fast schlimmer als die Zivilisation gewesen wäre. Wie erklären Sie das Ihren Kindern? Sie haben zwei Söhne? Also haben die ein Gespür dafür? Passieren Dinge in der Schule, wo sie sagen, macht mir Sorgen? Die sind beide unter anderem auch deswegen auf einer internationalen Schule, also ich sage deswegen, damit sie, da geht es jetzt nicht nur um das Thema Antisemitismus, sondern überhaupt um das Thema Ausgrenzung des Fremden. Ich glaube, dass jede Form von Rassismus im Wesentlichen gespeist wird durch Unwissen. Selbst wenn man sich die Eichmann-Prozesse oder die Protokolle des Prozesses anschaut, wird einem klar, und Hannah Arendt hat ja auch diese Theorie aufgestellt, dass Eichmann unter Umständen nicht mal im eigentlichen Sinne des Wortes ein Antisemit war, weil er überhaupt gar keine Juden kannte. Das hat ihn auch gar nicht interessiert. Das heißt, gerade um so vernichten zu können, ist es vorteilhaft, den anderen gar nicht zu kennen. Die Banalität des Bösen. Ja, wenn ich jemanden kenne, das ist das beste Mittel gegen jede Form von Rassismus, ist, den anderen kennenzulernen. Es ist genau dasselbe zu beobachten im Moment mit dem Islam. Es nützt überhaupt nichts. Es ist verkehrt und zutiefst verkehrt, einfach da Menschen aufgrund der Taten einzelnen komplett auszugrenzen. Man muss sich dahin bewegen. Man muss versuchen, kennenzulernen und zu verstehen. Das ist das beste Mittel gegen Rassismus. Deswegen sind unsere Kinder auf einer internationalen Schule. Da werden sie mit den unterschiedlichsten Hautfarben, mit allem Möglichen konfrontiert. Auch die hatten als Kinder, weil man immer sagt, das ist eine Erziehungsfrage, so einfach ist es nicht. Kinder lehnen auch immer erst mal das ab, was sie nicht kennen, weil es ihnen Angst macht. Das ist ein natürlicher Vorgang des Menschen. Sie haben uns was mitgebracht. Und zwar, haben Sie es bei sich? Ja. Zeigen Sie, das ist ein Stück, das ist erst vor kurzem wieder in Ihren Besitz geraten. Ja. Das ist, ich weiß nicht, wo die Kamera her ist. So ist gut. Die Kamera, so ist gut. Das ist die Kipper, die mein Urgroßvater als Kind getragen hat. Hier in Berlin? Nein, nein, nein. Meine Urgroßeltern, mütterlicherseits, kamen aus Lodsch. Ah. Ja. Eigentlich ist ein Zweig Ihrer Familie ur-Berlinerisch, ne? Ja, ja. Meine Mutter ist auch in Berlin, nicht geboren, aber aufgewachsen. Mein Vater sowieso, mein Großvater auch. Aber die ganze mütterliche Linie, also meine Großmutter und deren Familie, die kommen alle aus Polen. Wie bei unserer Bundeskanzlerin auch, wie wir neulich festgestellt haben. Und die hat Ihr Urgroßvater getragen? Getragen, ja. Immer oder nur zum Gottesdienst? Nein, das war eine sehr orthodoxe Familie, weil ich weiß es, also ich bin da gerade so ein bisschen mit einem Ahnenforscher unterwegs, ich weiß es nicht hundertprozentig genau. Genau. Entweder sein Vater, also mein Ur-Urgroßvater oder sein Onkel, das wissen wir noch nicht so genau, war einer der Mitbauer, also Finanzierer, sagen wir mal, der ersten jüdischen Synagoge in Lodsch im 19. Jahrhundert. Also relativ spät gebaut wurde, ich glaube so um 1850 herum oder ein bisschen früher, ganz genau weiß ich es jetzt gerade nicht. Also das war eine sehr streng orthodoxe Familie, insofern gehe ich davon aus, dass er die... Wissen Sie noch was über Ihren Urgroßvater? Nein, eigentlich sehr wenig. Das war eine schwierige Geschichte, weil meine Großmutter ja meinen Großvater geheiratet hat, der nicht Jude war und das hat zum totalen Bruch geführt. Also als mein, also als ihr Vater davon erfuhr, hat er die Totenkerzen angezündet. Das war für ihn nicht überwindbar. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja, ja und ich nehme an, dass sie, also meine Großmutter wahrscheinlich diese Kippe aufbewahrt hat, das war wahrscheinlich ihr Bezug. Man muss das vielleicht in dem Kontext auch der Zeit verstehen. Die Juden hätten als Volk nicht überlebt, sie hatten keine Heimat, also geografisch und sie hätten als Volk nicht überlebt, wenn sie in diesem Punkt nicht so konsequent gewesen wären. Alle anderen Völker, die heimatlos waren, also die keine geografische Heimat hatten, sind innerhalb relativ kurzer Zeit verschwunden vom Erdboden. Die gab es dann relativ bald nicht mehr. Ein Volk, was über 2000 Jahre ohne Heimat überlebt hat, ist einzigartig in der Geschichte. Ihre Jungs, 10 und 13, wen haben die als Vorbild? Außer Vati? Verschiedene, also beim Großen. Fußballer? Ja, auf jeden Fall. Der Große ist ein großer Fußballspieler und Fußballkenner. Also bei dem sind es eindeutig Fußballer. Und beim Kleinen sind es Maler. Maler? Also so richtig ordentliche Maler? Ja, ja. So, so. Der möchte gerne Maler werden und also bewundert sehr Gerhard Richter. Mit 10. Und ja, und Peter Deuk, Gerhard Richter, Peter Deuk sind so seine großen Vorbilder. Kann es sein, dass Sie da so ein bisschen mitgesteuert haben bei den Interessen Ihres jüngeren Sohnes? Nee, eigentlich nicht. Hast du damit jetzt gesehen? Weil ich kann nicht besonders gut malen, Andrea kann es ziemlich gut malen. Das ergab sich in der Schule und die haben das gesehen, haben dieses Talent gesehen und dann ist das gefördert worden und inzwischen hat er Unterricht bei einer Dozentin von der Kunsthochschule in Weißensee, die auch einmal in der Woche in die Schule kommt. Und er hat aber auch privat bei ihr Unterricht, weil er das unbedingt so wollte. Also er hat das dann... So, und es ist eine Frau. Sehen Sie dieses Problem, was da im Beitrag angesprochen wird? Unsere Jungs werden von Anfang an nur von Frauen sozialisiert und sind völlig verunsichert. Aufgrund der Geschlechterdebatte dürfen gar nicht mehr richtig Jungs sein. Also ich sehe das nicht ganz so. Zum Teil verstehe ich, was da gemeint ist, aber ich finde es auch übertrieben. In den ersten Jahren wurden Kinder schon immer von Frauen sozialisiert. Früher vielleicht sogar noch viel mehr als heute. Also heute spielen ja durchaus bei der Erziehung, sogar in den ersten Jahren, die Väter, wenn sie es denn wollen, eine Rolle, eine wesentlich größere Rolle als früher auf jeden Fall. In der Schule, ja, es sind mehr Lehrerinnen in der Grundschule, aber auch das verändert sich, habe ich das Gefühl. Sie haben gesagt, Männer sollen Männer bleiben und Frauen sollen Frauen bleiben. Ja, damit meine ich aber gar nicht jetzt irgendeine, das kann man ja jetzt auch missverstehen und als so eine ur-chauvinistische Position auslegen. Ja, hätte ich spannend gefunden. Ja, ja, ist es aber gar nicht. Ich finde ja, ich finde, da wird nur was immer durcheinander gebracht. Auf der Ebene der Rechte soll es überhaupt keine Unterschiede geben und dass Frauen zum Beispiel schlechter bezahlt werden bei gleicher, in gleichen Berufen und so, ist ein absoluter Skandal, dass das heute noch so ist. Also in all diesen Bereichen dürfen überhaupt keine Unterschiede gemacht werden, dass Frauen in Führungspositionen sollen und so weiter und so fort. Das steht für mich absolut nicht zur Debatte. Ich meinte was anderes, dass bei all dieser Veränderung wir unsere Geschlechter, nicht unsere Geschlechter rollen, sondern unser Gefühl für unser Geschlecht nicht verlieren sollen. Das ist eine Gefahr einfach. Das ist immer so dieser berühmte Ruderboot-Effekt. Man merkt, oh, ich bin jetzt ein bisschen zu sehr nach da gekommen, jetzt zack, zack, zack und wumms ist man zu sehr auf die andere Seite gekommen. Also da muss man gucken, wie man das ausbalanciert. Wie war das bei Ihnen früher, als die Grünen, die Partei, die Grünen so aufkam, da war es für Männer total schick zu stricken? Ja, das ist bei mir keine Gefahr. War jetzt nicht so, also Ihr Anbieter als andere Geschlecht war nicht so ausgeprägt. Wer hat bei Ihnen zu Hause das sagen? Würde ich so gar nicht, ich glaube weder noch. Also ich glaube, wir sind unterschiedlich, ganz sicher. Also Andrea Sawatzky ist jetzt keine schwache Person in dem Sinne, die sich jetzt unterordnet. Ich habe auch nie, also daran kann man ja sehen, dass das nicht meinem Frauenbild entsprechen würde, hat es auch nie entsprochen. Auch meine Mutter war eine starke Persönlichkeit, die sich nicht einfach irgendwie untergeordnet hat. Trotzdem war es unterschiedlich und zwar durchaus geschlechterspezifisch, ist es bei uns auch. Also Andrea lässt sich vielleicht an ein paar Punkten leichter rumkriegen von den Kindern und ist hier und da auch vielleicht mal ein bisschen weniger konsequent. Und das ist aber auch gut so. Ich finde, die Eltern sollen nicht ein uneinnehmbares Bollwerk sein, wo die Kinder sagen, das brauchen wir eh nicht zu versuchen. Nein, Eltern muss man auch gegeneinander ausspielen dürfen. Und da muss es, im Grundsätzlichen muss es eine gemeinsame Haltung geben, aber nicht im Detail. Sind Sie eher Macho oder Softie, wo wir schon bei den Klischees sind? Ja, was wäre denn die dritte Möglichkeit? Das müssen Sie sich dann auch denken. Okay, nehmen wir den Macho. Sind Sie eher Weiß- oder Rotweintrinker? Rotwein. Eher Wein oder Bier? Wein. Also der Rotwein ist das Getränk der Wahl. Sehr schön. Kino oder Fernsehen? Beides. Deutsch-israelische Freundschaft, neurotisch oder auf einem guten Weg? Immer neurotisch. Der Weg muss nicht schlecht sein. Vielen Dank, Christian Merkel. Das war schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Wir haben gesprochen über Kinderkarriere und ein paar Klischees. Schauen Sie sich auch die englische Ausgabe Talking Germany mit Christian Merkel an und meinem lieben Kollegen Peter Craven. Ihnen alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und Spider-gyay GmbH im choices Job SCHV